Die 3 Minuten Meditation für eine Pause zum Atmen. Bring deine volle Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment. Nimm eine aufrechte und würdevolle Haltung ein. Falls es sich für dich gut anfühlt und möglich ist, dann schließ deine Augen. Nun frag dich, was nimmst du hier und jetzt, in diesem Moment wahr? In deinen Gedanken, in deinen Emotionen und in deinen Körperempfindungen. Nimm dieses Erlebnis wahr und erkenne es an, selbst wenn es unerwünscht ist. Richte nun deine ganze Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung. Auf jeden einzelnen Atemzug, während du einatmest und ausatmest. Lass deine Atmung kommen und gehen, ein Atemzug nach dem anderen. Dein Atem kann die Wirkung eines Ankers haben, der dich mit diesem Moment im Hier und Jetzt verbindet und dich in einen Zustand von Bewusstsein und Stille bringt. Erweitere den Zugang zu deinem Bewusstsein über deinen Atem, sodass du deinen ganzen Körper, deine Körperhaltung und deinen Gesichtsausdruck spüren kannst. Die Pause zum Atmen öffnet dir eine Tür, um aus deinem Autopiloten auszusteigen und wieder eine Verbindung mit dem gegenwärtigen Moment im Hier und Jetzt herzustellen. Die entscheidende Kunst ist, Bewusstsein in den gegenwärtigen Moment zu bringen und zu halten. Sonst nichts. Ein Hoch auf uns, deine Kira Sonst nichts. Sonst nichts. Sonst nichts. Sonst nichts. Sonst nichts.